Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Ich bin... Schorschs Freund. Peppa und ihre Freunde spielen auf dem Spielplatz. Peppa, Luzi und Klausi sind auf dem Karussell. Seid ihr fertig? Fertig! Dann geht's los! Wuhu! Schneller! Schneller! Hoho! Schorsch ist noch zu klein für das Karussell. Er schaukelt auf der Schaukel. Da kommt Luisa Löffel mit ihrem kleinen Bruder Linus Löffel. Hallo zusammen! Hallo! Darf ich auch auf das Karussell? Steig auf, Luisa! Ich will mich ganz, ganz schnell drehen. Linus Löffel möchte auch auf das Karussell. Ah, aber wenn Linus mitkommt, dann können wir uns nicht so schnell drehen. Linus kann ja mit Schorsch spielen. Linus, möchtest du mit Schorsch spielen? Nein! Schorsch hat einen Dinosaurier, genau wie du. Lass uns mal sehen. Linus Löffel ist genauso alt wie Schorsch. Linus möchte deinen Saurier mal anschauen. Schorsch! Schorsch, gibst du Linus mal deinen Dinosaurier? Nein! Linus, gibst du Schorsch mal deinen Dinosaurier? Nein! Schorsch und Linus wollen ihre Dinosaurier nicht teilen. Schorsch, es macht viel mehr Spaß, wenn du teilst. Das war wirklich nett von Schorsch. Saurier! Schorsch teilt nicht gerne. Linus, gib Schorsch jetzt mal die Dinosaurier. Linus teilt auch nicht gerne. Was soll denn dieser Radau? Schorsch und Linus weinen eben immer, wenn sie zusammen sind. Sie sind noch zu klein, um richtig zu spielen. Könnt ihr zwei großen Mädchen den beiden das zeigen? Na klar! Wir zeigen ihnen, wie man Sandkuchen backt. Gute Idee! Gehen wir zum Sandkasten. Schorsch und Linus lieben den Sandkasten. Schorsch, Linus, heute backen wir also Sandkuchen. Zuerst füllen wir die Eimer mit Sand. Dann drehen wir die Eimer um und klopfen ein bisschen drauf. Und dann heben wir die Eimer hoch. Pokus, pokus. Linus hat einen Sandkuchen gebacken. Pokus, pokus. Und Schorsch hat auch einen Sandkuchen gebacken. Seht ihr? Zusammen spielen macht Spaß. Oh je, dieses Spiel ist nicht gut ausgegangen. Das war die Schuld von deinem Bruder. Linus hat Schorsch's Kuchen kaputt gemacht. Dein Bruder hat den Kuchen von meinem Bruder zuerst kaputt gemacht. Immer sachte. Ihr beiden großen Mädchen sollte doch Linus und Schorsch zeigen, wie man zusammen spielt. Das stimmt. Wir sind schon groß. Und Schorsch und Linus sind zu klein, um zusammen zu spielen. Hm. Ich habe eine Idee. Schorsch, was machst du am liebsten auf dem ganzen Spielplatz? Wippen. Schorsch liebt die Wippe. Wippen. Aber alleine zu wippen ist ein bisschen schwierig. Linus möchte auch auf die Wippe. Wippen. 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 Seht mal, Schorsch und Linus spielen miteinander. Wippen. 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 Schorsch mag Linus. Linus mag Schorsch. Schorsch und Linus spielen gern miteinander. Wippen. 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 Wippen.